Hallo, ich bin Marcel, Geschäftsführer der Meier-Kartonnage in der Nähe von Frankfurt. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit der Firma CMA zusammen. Wir haben jetzt seit eineinhalb Jahren die Boxsmart HD bei uns stehen, haben davor mit der Boxsmart Pro gearbeitet und sind durch die Boxsmart HD doch noch mal wesentlich flexibler in unseren Aufträgen geworden und wir sind super zufrieden mit unserer Boxsmart.